Hallo liebe YouTube-Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Ich habe ja gestern den Film gemacht mit der Infrarot-Kamera mit den Rehen. Heute bin ich doch glatt nochmal an die Stelle und habe das mit der Infrarot rausgesucht, das Reh, wo eins liegt. Und bin dann mit der E50-Kamera umgebaut, bin ich dann dahin geflogen und bin bis auf 5 Meter runtergegangen, wo eins lag. Der H25 ist wirklich super leise, es ist nicht weggelaufen, es ist nicht abgehauen. Wahnsinn, guckt euch die Aufnahmen an. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal.